Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Perfitterte Wappen, die ist direkt abzuschließen bei Oralia Startstoß, Inhaltssturz an dieser Stelle, die kann aber auch an anderen Positionen aufhanden sein. Je nachdem wie weit ihr in der Quest seid, wie viele Vorquests ihr gemacht habt, wo ihr seid und so weiter. Aber um diese Quest zu bekommen, müsst ihr was erreichen bei den Avadi von Heilstufz, und zwar auf Stufe 6, Verwitterte Vorboten Wappen. Wenn ihr das freigeschaltet habt, müsst ihr Oralia diese Quest für euch haben und gebt euch diese Vorboten Wappen. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!